Hallo! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. I can. The charged skull. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh! Oh, no, no! Das geht mir jetzt nicht so gut. Ah, das erschreckt mich immer, das ist echt übel. Man muss sich vorstellen, ich sitze ungefähr anderthalb Meter vorm Fanseer. Das Problem ist wie ein Brillenträger auch so gut geblippt. Wir haben noch die Hälfte unserer Truppen. Ah, da kann man nicht nur zu zoll. Ich hab doch nicht vorgeschlagen, das muss ich nicht. Das dritte ist von mir. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Oh, hat zwar schon viel getan seitdem ich jetzt noch hier war, wa? Oh, Junge. Was ist ihm denn verkehrt? Muss ich das jetzt wohl auch mal so machen, ne? Sniper, wo bist du? Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ich denke, dass ich ihn nicht gesehen werde, kommt immer ganz anders. So wie wir uns nicht erwarten. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Was mag das denn? Okay, wir werden nicht snipern. Snipern ist auch eine sehr schlechte Idee. Dann gehen wir wieder aus. Mg. 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 Nicht von stillen, sondern von arbeiten. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wir haben noch 50 Soldaten. Wir haben noch 50 Soldaten. »Untage nicht auf, auf, auf.« Mg. Mg. Wir haben die Einsatzziel. »Untage nicht auf, auf.« »Untage nicht auf, auf.« Wtf, ist es auch so. Mg. Mg. Ah, von wegen der Bekommung, die Lucha werden wir nicht. Gängst. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ja, oder? So, endlich bleibt ein Panzer. Wir haben noch 20 Soldaten. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben Reines und Skazine gesetzt.